Ich war unmittelbar nach dem Vögle-EKW und ziehe bei der BKW, zumal frontal, auf die Sitte gefahren ist, denn hat es schon gebracht. Im ersten Moment bin ich rausgejuckt und bin in einem Auto zur Wien mitgeführig noch, zum Unfallauber, aber dann hat es brennt. Da haben wir gleich Feuer löschen vom Dunkeln, da hat die Hüfte geholfen und während das gelöscht, haben wir schon gesehen, dass da nichts mehr zu machen war.